Hallo, das ist mein allererstes Video, ich bin schon ein bisschen nervös, ich weiß noch nicht wie das ankommen wird, ob das passt, ob das toll ausschaut, ob die Lautstärke passt, ob das Radio im Hintergrund steigt, keine Ahnung. Ich versuche es einmal, ich schaue einmal. In Vorbereitung bin ich für meinen ganzen Empower Network Blog, um da verschiedene Sachen zu posten, über meinen Beruf, über den Vermögensberater, über mich privat ein bisschen was, also über Motorradfahren, Modellbau, Fliegen, Kangenwasser, Vorträge und so weiter, also verschiedenste interessante Themen, die mich interessieren. Und ja, und viele Sachen möchte ich einfach über Video reinstellen und über Video erklären und bin schon gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, schreibt mir ein paar Postings dazu, ich bin immer für Anregungen, für Verbesserungen offen und sagt mir eure Meinung. Danke! Danke!